So Leute, schaut mal, was wir hier haben. Ihr kennt doch bestimmt hier solche ganz normalen Einkaufswägen. Manchmal, nicht immer, manchmal funktioniert das, wenn man einfach so das hier reinsteckt. Und ich habe hier meine Telefonnummer draufstehen, falls ich den Schlüssel verliere. Also zwei Live-Facts in einem Schlüssel nicht verlieren und man kriegt das Teil auf. Mega gut. Abonniert, falls ihr mal noch ein paar Tipps haben wollt. Ciao.